Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In dieser Episode werden wir das Buch Mein bester Freund das Zusammenleben mit deinem Hund vorstellen. Das Buch wurde von einem erfahrenen Hundebesitzer und Trainer geschrieben und bietet einen umfassenden Leitfaden für angehende Hundebesitzer. Das Buch ist in 15 Kapitel unterteilt und bietet eine Fülle von Informationen zu allen Aspekten der Hundehaltung, von der Auswahl der richtigen Rasse bis hin zur Gesundheitsvorsorge und Ernährung. Jedes Kapitel ist gut strukturiert und enthält praktische Tipps und Ratschläge, die angehenden Hundebesitzern helfen, eine enge Beziehung zu ihrem neuen Haustier aufzubauen. Ein besonderer Schwerpunkt des Buches liegt auf dem Training und der Sozialisierung des Hundes. Es wird betont, wie wichtig es ist, positive Verstärkungstechniken anzuwenden, um das Verhalten des Hundes zu fördern und unerwünschtes Verhalten zu vermeiden. Auch das Thema Gesundheitsvorsorge und Ernährung wird ausführlich behandelt, um sicherzustellen, dass der Hund ein glückliches und gesundes Leben führen kann. Ein weiterer Pluspunkt des Buches ist, dass es auch spezifische Kapitel für den Umgang mit Kindern und anderen Haustieren gibt. Hier finden angehende Hundebesitzer nützliche Tipps und Ratschläge, wie man sicherstellt, dass der Hund in eine bestehende Familie oder in ein funktionierendes Haustier-Setup integriert werden kann. Zusammenfassend ist dieses Buch für alle, die planen, einen Hund zu adoptieren oder zu kaufen. Es ist sehr gut strukturiert und bietet eine Fülle von Informationen, die angehenden Hundebesitzern helfen, sich auf das Abenteuer der Hundehaltung vorzubereiten und das Beste aus ihrer Beziehung zum Hund herauszuholen. Das war's für heute. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich auf das Abenteuer der Hundehaltung vorbereiten können, empfehle ich Ihnen dringend, dieses Buch zu lesen. Danke fürs zu hören und bis zum nächsten Mal.